Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und herzlich willkommen beim Lego Ninjago Tournament, beim Lego Ninjago Turnier. Wir haben es ja letztens schon gestartet und wir sind kläglich gescheitert bei einem Boss. Heute geht es weiter. Wir sind in Chance Insel Arena und wir bleiben mal bei unserem Lloyd, denn der ist schon Level 2. Wollen wir mal gucken. Wir brauchen keine weiteren Spezialfähigkeiten, denn wir müssen den Boss so erledigen. Wir müssen besser werden, Leute. Wir müssen einfach besser werden. Das geht so nicht. So, dann geht es weiter. Es gibt natürlich auch Herausforderungen des Tages und noch viel weiteres. So, der Kampf beginnt. So, die sind natürlich kein Problem. So. Auch du bist für mich kein Problem, mein Lieber. Zehner-Kombo ist schon am Start. Boom! Kommt her, kommt her. 23er-Kombo ist am Start und auch unsere Spezialfähigkeit läuft. Na, wo seid ihr? Boom! Keine Chance. Oh, ich wurde einmal getroffen, glaube ich. Karloff, Meister des Metals. An dem sind wir letztens gescheitert. Payman, den haben wir bekommen. So, Spinjitzu! Weg, 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 weg! Ich habe das Gefühl, jetzt hat der seine Spezialfähigkeit. So, jetzt auch. So, weg, 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 weg. Boah, das war knapp. Zack, 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 zack. Schnell weg! Nein, 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 nein. Yes. Diesmal läuft es ein bisschen besser. Habe ich das Gefühl... Nein, 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 nein. Das war ein Fehler, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Weg, Leute! Das war ein Fehler! Nein, 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 der ist immer noch Jetzt Los, 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 Spinjutsu Nein Ach, wir müssen wieder Ich geb nicht auf Mann, ihr merkt, ich bin noch Ich muss doch springen, warum springt der denn nicht, Mensch? Ja, jetzt aber Jetzt springt er auf einmal So, dann geht es jetzt hoffentlich weiter Hey, was soll das? Ist noch nicht so geplant Na, wo seid ihr? So, erstmal den Mit Pfeil und Bogen besiegen Keine Chance Sehr gut Erstmal du Dann Ihr beiden noch Kämpfen, nicht abhauen Manchmal spinnt die Steuerung Das kann aber auch an meinem Smartphone liegen einfach Was ist das denn? Kommt jemand mit dem Flugzeug Wer ist das? Auch wieder ein Endgegner wahrscheinlich, oder? Ah, nee Okay Der wird jetzt Bomben Okay, da muss ich natürlich extrem vorsichtig sein Okay, weg, 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 weg Und boom Keine Chance Ich werde immer besser Ich werde immer besser Ich komme durch jede Oh, jetzt kommt Turner, der Meister der Geschwindigkeit Oh, oh, der ist wirklich Meister der Geschwindigkeit Spinjitzu Ich glaube, wenn sie so rot sind, dann kann man sie angreifen Nein Oh, der hat mich gef... Ich drück doch, Mensch Los, los, weg aus Schnapp ihn dir Ich springe doch, Mensch Warum reagiert der denn nicht? So Jetzt habe ich ihn aber erwischt Was ist das denn? Irgendwann mal jetzt Nö Spinjitzu Wo seid ihr? So Jetzt könnt ihr was erleben Jetzt habe ich euch Boom Boom So Oh, jetzt kommt die schon von oben Am besten immer springen Den Sprungangriff Der bringt immer Der verwirrt die kurz So, jetzt kommt schon wieder was Oh, 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 oh Wie ist das denn? Wie ist das denn? Oh, oh Das gefällt mir mal gar nicht Also das gefällt mir mal gar nicht Der Titanenrache ist da Oh, oh, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da Nein Dadurch werde ich langsamer Der Ninja lebt von seiner Schnelligkeit Weg, 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 weg Weg Oh Mann Soll sie nicht greifen Spinjitzu Nein, das war ein Fehler Also ich bin nicht langer geworden Nein, 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 nein Nein, nein Manchmal fokussiert er auch einen an und hat den am Visier Da muss man springen und entkommt dem Titanendrachen Sehr gut Boom Spinjitzu Die Spezialfähigkeit ist echt cool jetzt bei level 19 meister der schatten schade speed you to Ey, warum hast du jetzt auf einmal so einen Amboss? Nein, weg, 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 weg. Da hab ich dich mal freut. Nein. Ihr merkt, ich bin mega konzentriert, Leute. Das geht leider nicht anders. Das geht nicht anders. Nein, nein, nein. Doch. Komm, pack ihn dir. Yes. Auch den Meister der Schatten haben wir besiegt. Oh, oh. Durchsprungangriff. Ich vergesse schon ganz schön die Zeit. Wir sind aber super dabei. Wow. Das werden jetzt immer mehr. Boots. Ah, das klingt bei denen auch nichts mehr. Die Gegner werden natürlich immer stärker. Welle 21. Oh, der gefällt mir gar nicht. Spinjitzu. Oh, wer kommt jetzt? Oh man, das gefällt mir gar nicht. Oh Gott, das wird heute ein bisschen längere Episode, Leute. Oh Gott. auch bei ersten großen zwei dreißiger kombo leute was ich das an wir sind schon ganz keine chance 48er kombo 50er kombo neuromeister des geistes das wird auch der letzte boss heute sein für mich spi jitsu na genau er doch jetzt auch ihn haben wir besiegt okay leute das soll es erstmal für heute wieder gewesen sein ich hoffe ihr hattet spaß schreibt in die kommentare was jetzt zu lego und den jago tournament sagt wir waren echt gut dabei oder heute wir haben 25 wellen überlegt überlebt 74 feinde besiegt wir haben insgesamt 70.000 punkte gesammelt oder 70.002 ist unser neuer highscore ich hoffe ihr hattet heute spaß schreibt in die kommentare leute wir sehen uns beim nächsten mal tschaui